Nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Ernsthaft? Und hier ist sie, Romy. Gefangen im eigenen Körper. Mit ganzen sechs Simoleons in der Tasche. Aber sie hat mittlerweile das Apartment. Und sie muss gleich zur Arbeit. Wir haben nämlich vier Uhr in der Nacht. Um fünf fängt unsere Arbeit an. Und ich weiß nicht, ob das neuer Bug ist, aber warum singen die Sims in letzter Zeit so oft? Ich glaube, Romy hasst es sogar zu singen. Ja, Abneigung gehen, Gartenarbeit und singen. Ja, dann hör doch bitte auf. Mal schauen, wer ist unsere Vermieterin? Bei Apartments hat man ja einen Vermieter. Ist das sie? Michiko? Ja, genau, das ist unsere Vermieterin. Vielleicht können wir ja sie kontaktieren. Vielleicht bekommen wir einen Rabatt, was die Rechnung angeht. Denn ich muss hier schon feststellen, dass unsere Rechnung doch arg teuer ist. Wir haben hier einmal die 838 Mietschulden von dem Grundstück. Und dann jetzt nochmal die Miete von diesem Apartment. Also, Romy hat über 1400 Schulden. Also, der Staat ins Apartment leben kann doch nicht besser laufen, oder? Der Romy ist gerade zur Arbeit. Und wir gucken uns dann hier die Gehend an. Was ich hier super interessant finde, ist, dass es hier Bushaltestellen gibt. Und hier sieht es so aus, als wäre es ein Fitnessstudio. Schade, dass man es nicht besuchen kann. Es ist einfach nur Deko. Wie alles andere hier in der Gegend. Irgendwie schade. Ich hätte es mir gewünscht, dass wir dieses Apartment noch zur Verfügung hätten. Und dieses. Leider ist nur das in der Mitte beziehbar. Hier haben wir ja diesen Gemeindeplatz. Hier ist mal eine Bank, wo die Sims sich hinsetzen können. Generell gibt es hier sehr wenig Bänke, wo die Sims platzen können. Hier ist das berühmte Rathaus. Richtig toll. Hier ist ein Fluss. Richtig interessant. Und so, wie es aussieht, kann man hier angeln. Ja, das ist ja super. Das wollte ich sowieso mit Romy ausprobieren. Kann man vielleicht jetzt angeln? Ne, ist noch zu frostig. Okay. Oh, hier gibt es so eine Tonne. Okay. Direkt am Fluss könnten wir nach einer Richtung wühlen. Das ist super. Das könnten wir ja durchaus gleich machen. Ach ja, und hier ist sogar die Bibliothek, die ich gebaut habe. Vielleicht hast du das Speed-Bild schon gesehen. Aber ich denke, wir werden diese Bibliothek auch in dieser Folge nochmal aufsuchen. Und hier ist die Abstimmungstafel. Die Abstimmungstafel sollte sich Romy gleich mal anschauen. Denn dieses Saft für alle haben wir ja im Grunde für das Hafengebiet abgestimmt. Mich würde interessieren, welche Tätigkeit hier in dieser Gantt ist. Aber lassen wir doch mal Romy gleich mal aus der Arbeit kommen. Sie ist ja auch gleich schon wieder da. Also sie hat 56 Simons nach Hause gebracht. Und es macht ihr einfach keinen Spaß zur Arbeit zu gehen. Und wir sollten vielleicht was auf Lopsy anbieten. Wir haben nicht allzu viel Geld. Ich denke, wir gucken uns jetzt diesen Gemeindeplatz erstmal an. Und ich frage mich, warum kann ich eigentlich hier die Sims nicht mitnehmen? Stehen die gerade nicht zur Verfügung? Oder kann Romy irgendwie nur alleine da hin? Sind bei euch die Sims auch ausgegraut? Ja, das habe ich schon befürchtet. Ich denke, wir können hier nicht allzu lange bleiben. Denn Romy brennt. Im Grunde würde ich gerne Bess kennenlernen. Denn ich halte sie für einen sehr guten Sim. Ich weiß ja nicht, was du von ihr hältst. Aber wir haben hier unglaublich viele Toiletten. Warum gibt es hier so viele Toiletten? Romy, musst du gerade vielleicht auf Klo? Vampire müssen gar nicht auf Klo. Ach wirklich? Aber deine Hygiene ist auch ganz in Ordnung. Und es ist hier furchtbar dreckig. Wir müssen irgendwie nur von der Sonne fliehen. Und dann schau dir doch mal hier schnell den neuesten Tratsch an. Gemeinschaftsflächenprojekte ansehen. Ja, schau dir mal die Projekte hier an. Ach, okay. Hier kann man wohl auch abstimmen. Von Freitag bis Montag ist die Abstimmung. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, hier in der Gegend ist nicht viel los. Dann würde ich sagen, dass wir in die Bibliothek fahren. Und jetzt trinkt Romy ihren letzten Plasmabeutel. Ich glaube das ja nicht. So, mal schauen. Gibt es hier Vampirbücher? Öffnen. Okay, was ist das denn hier für eine Bücherei oder Bibliothek? Hier haben wir ja total wenig Auswahl. Okay, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass Romy sich die Bücher nicht kaufen muss, sondern dass sie diese hier lesen könnte. Ja, und vielleicht hast du ja schon gesehen. Ich habe hier diesen Clown platziert. Denn, ja, zu Hause oder im Haus, in der Wohnung, hängt man sich doch selten eher so ein Bild auf. Und vielleicht möchten wir ja den tragischen Clown kennenlernen. Das ist wahrscheinlich die Bibliothekarin. Ja, genau, Yumi. Okay. Lana ist auch wieder da. Sie verfolgt uns irgendwie. Finde ich super interessant. Irgendwie merkt sie immer, wo wir sind. Ach, Bess ist auch hier. Ja, wenn sie jetzt nach unten kommt, können wir sie durchaus kennenlernen. Mal schauen, welche Nachbarn wir so haben. Vielleicht können wir nachher noch einen Verkauf starten. Und ich glaube, wir haben heute Winterfest, oder? Oh, Bess. Ich dachte, du bist ein guter Sinn. Was machst du denn da jetzt? Ja? Warum nicht? Wir könnten in einen legalen Plan zur Geldvermehrung investieren. Mach das mal. Wir kennen zwar Bess noch nicht, aber wenn der doch legal ist, dann machen wir das doch, oder? Bess, fühlst du dich jetzt besser? Du hast das Puppenhaus zerstört. Und Yumi, beeil dich. Du brennst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wie viel möchtest du investieren? Ich verspreche, du wirst es nicht bereuen. Ja, da Romy 47 Simoleons hat, fangen wir klein an. Wir investieren 10 Simoleons. Romy, sei doch so nett und repariere das Puppenhaus. Denn du hast ja auch diesen Wunsch. Oder halt die Denkblase. Das machst du wirklich toll. Wie ist denn überhaupt deine Geschicklichkeit? Ja, die ist doch schon ziemlich gut, finde ich. Lana scheint mit einer verbackten Hand hier rumzulaufen. Okay, wahrscheinlich hat sie zu lange gelesen. Ja, Romy, das hast du doch super hinbekommen. Wir können uns ja jetzt noch nicht mal ein Plasmabeutel leisten. Du musst einen Gelegenheitsjob annehmen. Ich finde es richtig toll, dass Romy hier schon drei Sterne hat. Ich weiß jetzt nicht, wie ihre Schelmfähigkeit ist. Aber ich denke, ich probiere das mit ihr. Aber will Romy wirklich zum Dieb werden? Ich weiß nicht. Aber wir machen einfach diesen Job für Marie. Ja, genau. Morgen ist Winterfest. Mal schauen, ob uns Väterchen Frost besucht. Und vielleicht bekommen wir ja ein tolles Geschenk. Oh nein, unsere Vermieserin hat uns kontaktiert. Wir haben 24 Stunden Zeit, die Rechnung zu bezahlen. Oder der Strom wird abgestellt. Ja, super. Das fängt doch super an. Wie ist unsere Schelmfähigkeit? Haben wir überhaupt Schelmfähigkeit schon hier? Sieht nicht so aus. Okay, Romy, das wird dann der reinste reinfallen. Und so wie es aussieht, haben wir was verkauft, oder? Ja, das sieht gut aus. Wie viel haben wir? 898? Ernsthaft? Das müssen wir gleich versenden. Dann können wir direkt ein paar weitere Sachen anbieten. Denn Romy wird ja jetzt reich. Qualität legendär. Das ist ja richtig toll. Unternehmerfähigkeit Level 2 erreicht. Das ist super. Oh mein Gott. Wir haben null Simoleons verdient und eine schlechte Bewertung. Ernsthaft? Wir hatten drei Sterne. Wie viele Sterne hast du jetzt? Oh, Herr Knox? Na, wir haben immer noch drei Sterne. Okay. Wo möchte Herr Knox hin? Ist Herr Knox unser Nachbar? Herr Knox möchte uns besuchen? Aber wir können irgendwelche Aktionspläne erhalten. Ja, die Abstimmungstafel können wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Okay, die ist hier. Die haben wir ja schon gefunden. Dann gehen wir später hin, wenn es dunkler ist. So, Romy, vielleicht kannst du die Sachen für Plopsi schon versenden. Wir können sogar die Rechnung ignorieren. Okay. So, mal schauen. Was haben wir alles verkauft? Den Pullover haben wir auch verkauft. Okay. Dann versenden wir diesen. Warum geht das denn schon wieder nicht? Hm, vielleicht muss ich das Grundstück nochmal reinladen. Denn diesen Briefkasten kann ich ja nicht ersetzen. So, mal schauen. Kannst du jetzt die Sachen versenden? Ja, das sieht gut aus. Ich musste wirklich das Grundstück nochmal reinladen. Ich hätte mich wirklich geärgert, wenn die Briefkästen auch sehr verbackt wären, wie auf diesem anderen Grundstück. Das werden wir auch verschicken. 898. Ich glaube es nicht. Haben wir noch was verkauft? Nee, leider nicht. Schade, schade. Hallo, Romy. Verschick das bitte. Warum geht das denn jetzt nicht? Ja, jetzt. Okay. 1123. Okay. Ich werde mit Romy nochmal hier zur Bibliothek fahren. Um einfach, ja, nichts zu verbrennen. Romy, du wurzelst wieder. Ah, das ist so schwierig mit einem Vampir. Wir besorgen uns ein paar Plasma-Boldschirm. Ach, die Rechnung von 838 kann ich jetzt schon bezahlen. Ja, wir bezahlen die. Auch wenn das von diesem Grundstück ist, wo Romy im Grunde untergekommen ist. Aber ich möchte nicht cheaten. Ich habe das Grundstück zwar so gesehen, als müsste man keine Miete bezahlen. Als wäre das praktisch ein Leben auf der Straße. 284 haben wir. Okay. Wir kaufen diesmal vier. Ja, jetzt bist du fast wieder pleite. Ich weiß nicht, sollen wir nochmal einen Gelegenheitsjob probieren? Denn 85 Simulons ist ja nicht gerade viel. Romy ist jetzt inspiriert. Sie ist gut gelaunt. Also dürften wir doch Glück haben. Also das mit dem Verbrecher war ja der reinste Reinfahrt. Kistenpacken ist für dich angesagt. Ja, Romy, dann gehst du mal wieder Kisten packen. Um 18 Uhr. Ja, ist doch in Ordnung. Und Romy hatte wirklich Erfolg. Das ist super. 84 Simulons haben wir verdient. Ich hatte euch ja gefragt, wann Romy ihre roten Haare wiederbekommen soll. Und Leliput hatte geschrieben, in vier Wochen dürfte man ja den Ansatz sehen. Das sehe ich auch so. 1, 2, 3, 4. Kurz vor dem Liebestag. Ich notiere es mir einfach als Feiertag. Ich nehme einfach hier dieses Simulonszeichen. Denn irgendwie gibt es hier nichts passendes. Romy Haare rot. Es ist natürlich ein Arbeits- und Schultag. Mal schauen, gibt es so eine Art Wellness? Gibt leider kein Wellness, also wähle ich jetzt keine Tradition aus. Und so weiß ich, okay, hier bekommt Romy einen roten Ansatz. Oder wir färben wieder komplett die Haare. Vielen Dank für deinen Kommentar. So, Romy, wir sind ja jetzt hier in einer neuen Gegend. Schau dir doch mal hier die Tafel an. Ja, schade, wir haben hier Nichtsaft für alle. Upcycling-Initiative. Klingt auch interessant. Oh, ich sehe gerade, dass Romy sogar vier Tage Urlaub hat. Vielleicht sollten wir das in Anspruch nehmen, denn irgendwie fühlt es Romy sich da nicht so wohl. 169. Gibt es da schon ein Bett? Ich glaube, für 169 bekommen wir noch kein Bett. Ne, 210 brauchen wir. Ja, schade. Ah, vielleicht eine Couch, denn da kannst du sicherlich Neckerchen machen. Ah, die sehen nicht gerade bequem aus. Ein Waschbecken eventuell, wo du dir die Hände waschen könntest. Ja, das gibt es, Tatsache. Ich denke, ich nehme das vom Tiny House. Generell mag ich die Sachen sehr. Okay, nehmen wir das in Weiß, denn Gelb gibt es anscheinend nicht. Ich stelle das erstmal hier in die Ecke. Mal schauen, ob das Badezimmer hier hinkommt oder woanders. Auf jeden Fall kannst du dir die Hände waschen und die Zähne putzen. Wo du ins Bett gehst, habe ich überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich musst du hier auf einer Bank schlafen. Das sind ja Aussichten für Romy, oder? Da hatte sie es wohl auf dem Grundstück etwas besser. Was können wir eigentlich hier selbst veröffentlichen? Romy gefangen im Labyrinth. 50 Räume. Ach stimmt, Romy hatte ja ein Buch geschrieben, als sie gefangen war. Das werden wir auf jeden Fall veröffentlichen. Sehr schön. Auf dem Weg zum Ruhm. Aber ist das gut, wenn Romy bekannt wird? Kann man sie dann nicht leichter finden? Ich weiß es nicht. So Romy, schauen wir mal, ob der See oder der Fluss noch eingefroren ist. Denn ich würde sehr gerne mit dir angeln gehen. Ah, das sieht doch gut aus. Und Romy, hör auf zu singen. Du hast es doch zu singen. Ja super, Romy angelt zum ersten Mal, ob sie es mag. Auf jeden Fall hast du die Angelfähigkeit erworben. Dann können wir ja unsere Plasmabeutel jetzt selbst erstellen, wenn wir Glück haben und ein paar Fische angeln. Oh, Romy, aber du solltest schlafen. Wir sollten mal hier deine dunkle Meditation anschmeißen, Vampir. Dunkle Meditation. Ja, bislang hat Romy noch nichts geangelt. Aber ihre Energie ist doch ziemlich im Keller und sie wächst jetzt ziemlich schnell. Vielleicht klappt das ja jetzt mit den Angeln etwas besser. Ja genau. Hol dir die Kraft von der Dunkelheit. Keine Ahnung. Und Romy, hast du was? Sieht nicht so aus, oder? Oh, Romy hat was geangelt. Ein Barsch. Okay. Sieben Symbolnens ist der wert. Aufhängen, Namen. Ne, wir vergeben doch jetzt keinen Namen. Plasmabeutel herstellen. Das geht so einfach. Und der ist schon fertig. Brauch nur auf den Fisch drücken. Ach, er hat ja ein ganz anderes Symbol. Plasmabeutel. Plasma von allerbester Qualität. Hier haben wir die gewöhnlichen Plasmabeutel. Hast du schon wieder was gefangen? Ne, deine Fangelfähigkeit hat sich verbessert. Okay. Ja, ich weiß leider noch nicht, ob man in Evergreen Harbor waschen finden kann. Aber wir haben hier schon mal eine gute Quelle, was die Fische angeht. So können wir endlich unsere Plasmabeutel selbst herstellen. Wow, ist der groß. Was hast du denn jetzt gefangen? Ein Thunfisch. 40 Symbolnens ist der wert. Und davon bekommen wir dann wahrscheinlich auch nur einen Plasmabeutel, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, diesen zu verkaufen. Und da wir ja jetzt Plasma selbst herstellen können, würde ich gerne noch zwei, drei Sahnen auf Plops hier anbieten. Okay, das ist kein Fisch. Also weg damit. So, noch einmal. Und wir haben wieder einen Fisch. Ja, super. So ein kleiner. Sechs im Monat ist der wert. Okay. Machen wir auch direkt Plasmabeutel. Ja, Romy, das reicht dann. Mal schauen, liebst du jetzt angeln? Bislang haben wir nichts davon mitbekommen. Wahrscheinlich siehst du das eher neutral. Und mich würde es interessieren, wenn du diesen trinkst. Wie schnell steigt dann hier dein Durst? Wir sind jetzt hier. Das ist ja ziemlich wenig. Und wir sollten langsam nach Hause, oder? Denn die Sonne kommt langsam wieder. Aber hier gab es doch auch eine Mülltonne. Vielleicht kannst du hier nach einer Richtung bühen. Nein, jetzt ist der Container leer. Ich glaube, da wo die Bibliothek ist, habe ich auch eins oder drei platziert. Also werde ich hier nochmal zur Bibliothek oder Bücherei. Denn, ja, Romy bräuchte im Grunde ein Bett. Und die sind alle leer. Ja, nicht euer Ernst. Ist der vielleicht jetzt voll? Nee. Aber wir könnten ja hier einen Saft herstellen. Zutaten hinzufügen. Was schmeißen wir da rein? Zauberhafter Pilz. Möchten wir so ein Sprudelgetränk machen? Ja, machen wir. Okay, die Zutat ist drin. Es leuchtet grün. Und Romy haut ab. Aussprudeln beginnt. Zwei Simoleons. Okay. Das kostet noch Geld hier. Okay, dann mach da mal dein Saft. Und wir haben Winterfest. Ah, das sieht richtig interessant hier aus. Jetzt leuchtet es rot. Mal schauen. Und was mir gerade einfällt, Romy, du bist ja am Computer schon wieder. Wir könnten Tatsache am Computer vielleicht nach Freundinnen suchen. Es gibt ja hier diesen Button Kontakte knüpfen. Vielleicht finden wir ein paar Brieffreunde. Also das hat schon mal geklappt. Ich denke hier, wenn wir noch keine Antwort bekommen haben. Aber wir können chatten mit. Mal schauen, wer ist im Forum. Okay, wir könnten ja Herr Bommel mal anschreiben. Romy hat 56 Simoleons am Feiertag verdient. Ja, das ist doch super. Sie muss ja heute nicht zur Arbeit. Und da Romy so viel Erfolg hat mit dem Strickzeug und dem Klopsi-Verkauf, habe ich sie jetzt hier hingesetzt, um weitere Objekte zu stricken. Sie strickt jetzt einen Babystrampler. Hiermit verabschiede ich mich auch jetzt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.